Wir packen das. Auf drei. Eins, zwei, drei! Okay, gehen wir zuhören. Das ist Leon Saldo. Leon kommt aus Hannover, ist Offensivspieler. Und jetzt? Was ist der Plan? Erste Mannschaft, nicht so sehr. Wir hätten jetzt eine Spielwohnung für D. Das war allerdings für zwei mit Leon zusammen. Pizza und Bier? Ja. Und dann kaufen wir noch einen kleinen Schein, oder? Spaß. Oh, sorry. Hey! Ich hör auf! Ich hör auf! Ich hör auf! Der Vorstand ist vor allem rein interessiert, dass von dieser Sache nichts nach aussen dringt. Egal wer was sagt, egal was passiert, ihr seid nicht schwul. So müsst ihr das vertreten und kompromisslos durchziehen. Wir spielen Fussball, wie wollen Profis werden, das geht nicht. Was geht nicht? Haben wir etwas zusammen oder nicht? Und wenn was? Ne, und die provozieren nur. Hände oder Hände nicht? Nein, wir nehmen nichts! Bitte. 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 Ich bin in Hamburg. Anja. Ich bin in Hamburg. Anja. Ich bin in Hamburg.